Hallo Leute, ich bin der Mendam Bonardi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Leslie Bimbo. Hier handelt es sich um kleine Fontänen, die Bodenwirbel auswerfen. Wir haben hier pro Stück eine NAM von 14 Gramm. Ich werde jetzt gleich alle drei parallel elektrisch zünden. Ein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dann wünsche ich euch viel Spaß. Kommen wir zum Fazit. Ich fand die Bimbo waren ein schöner F1-Artikel. Die Bodenbrummer haben wir so ein bisschen an die, ja ich glaube die Creepers waren das, die kleinen Brummermatten erinnert, nur ein Tick größer. Ja, die kleine Fontäne war halt in der ISM F1 typisch halt auch nichts überragendes, aber ist doch mal ein netter Artikel für zwischendurch oder mal unter dem Jahr zünden. Also von mir für den Preis auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich vielmehr sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.